Der Weltraum. Die letzten Überreste des Unerforschten. Eine unendliche Weite voller Dunkelheit. Hier am Rande des Universums blicke ich in den Abgrund und... Bruce! Ich blicke in den Abgrund und... Bruce! Im Ernst? Ist das ein neuer Raumanzug? Ich muss schon sagen, dein Anzug sieht richtig gut aus. Von einem Helden zum anderen, er steht dir wirklich gut. Sorry, okay, du grübelst. Mach weiter. Ich blicke in den Abgrund und... Nein, er hat recht. Er betont deine Figur. Hm, er hätte bei schwarz bleiben sollen. Oder vielleicht ein wirklich dunkles... Das Ganze ist wohlster. Ich bin echtlie Lagos. Mit einem